Hallo meine Freunde, kurzer Film, Boss, kurzer Video meine Freunde. ApoRap nimmt einfach in seiner Instagram-Story KuchenTV komplett tops, man. Und er gibt ABK Props fürs Video. ABK hat Kuchen schon echt gut geschadet, man. Aber ey, KuchenTV, das mit dem Krankenhaus war echt nicht schön, man. ABK ist für seine Mutter da und dann heulst du da rum, weil er nicht mit dir ein Interview macht, mit diesem Kaffee- und Kuchenkrempel? Rek dich doch mal ab, man. Es geht nicht immer alles um Geld und Fame, man. Und natürlich sind da gewisse Leute auch mal gegen dich, verdammt nochmal. Und wie du dich da versuchst, die ganze Zeit so rauszureden, und versuchst, ABK fertig zu machen, was bringt das? Das bringt dir gar nichts. Man muss erst mal vor seine eigene Haustür kehren, bevor man bei anderen Haustüren kehrt. Und die Sache mit Gina, das war emotional, hast du gesagt. Ich halte mich, wie gesagt, heraus, keine Frage, man. Wie gesagt, du hast das Emotion gehalten, aber es war trotzdem falsch, keine Frage. Aber es gibst dir auch zu, das ist gut. Aber du musst dir natürlich auch Kritik von anderen Leuten anhören lassen. Also heul nicht rum, wenn Kritik gegen dich kommt, verdammt nochmal. Du bist dieser sogenannte Meinungsblogger, also akzeptiere auch Kritik gegen dich. Wer auch auszahlt, muss auch einstecken, das lernst du noch, he, Mr. Kuchen? Okay, meine Freunde, das war's, wie du von dir dann boos. Abonniert und like, nicht vergessen, meine Freunde. Und bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Und bis zum nächsten Mal, meine Freunde.